Saints Row 4 ist wieder da und wir sind wieder da und irgendwie müssen wir ein Upgrade fürs Fahrzeug kaufen. Und bist du im Menü? Ich bin im Menü, ja. Geh mal raus, sonst kann ich nichts kaufen. Ich will aber auch. Achso, ja, dann mach du erst. So, jetzt bin ich raus. Ah, jetzt kann ich kaufen. Jetzt kann ich nicht mehr kaufen. Karosseriemoto. Machen wir einen anderen Motorhaube? Ist doch scheißegal, ich mach einen Spoiler dran. Wieso bin ich jetzt gerade einfach mal aus dem Auto rausgefallen? Übernehmen. Alter, da laufen gerade draußen... leicht begleitete Damen mit Engelsflügeln rum. So. Was nehmen die denn hier? Die Tune-Fahrzeuge werden gespeichert, warte. Aufgabe abgeschlossen, wir haben es geschafft. Ja, ich möchte ganz gerne auch noch mal einen aufpimpen hier. Ja, dann pimp mal deinen Müllwagen auf. Achso, was ging bei dem Müllwagen? Nee, aber du blockierst die Einfahrt und ich stehe irgendwo... Aua, unter dir! Hab ich auf dir geparkt, das tut mir jetzt leid. So, ähm... Schau zu voll. Aber bei dem Gewicht dürfst du doch eigentlich gar nichts merken, oder? Karosserie-Mons, okay. Oh, Aufkleber! Ja, nee, Aufkleber will ich nicht. Aber die kosten nicht so viel. Aber du stehst da oben. Ja. Ich kann ja unter dem Rock gucken. Da ist sehr dunkel. Nitro. Okay, während er da noch sein Auto pimpt, schauen wir uns hier ein bisschen um. Haben wir denn neue Aufgaben? Warte mal. Schließe eine Herausforderung ab. Wenn wir dann doch so viele Herausforderungen... Oh, 0 von 59 erledigt. Herausforderungsübersicht. Hab beschlossene Aufgaben, lerne die auf. Lerne die Regeln. Zeit, das Tempo zu erhöhen. Scotchy ist beschäftigt. Ja, ist richtig. Ich hab mir gerade mal eben kurz Nitro geholt für mein Fahrzeug. Lediger Auftragsstart mit Scotchy. Oh, 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 oh. 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 Du schiebst mich gerade aus der... Biss egal. Wolltst du einsteigen? Ja. Ja. Wer hat mich an den Felgen? Das hat nicht schön. Aber ich markiere die Generalen für dich. Oh, na. Oh, das sieht man's gar nicht mehr. Er lebt noch. Warte. So. Äh. Jetzt bin ich rausgekloppt. Ah, was? Alter, ich werde angeschossen. Von wem? Von dem Typen hier. Da fahr ich schon mal weg. Wer noch ein Stück von dem? Äh. Was machst du in meinem Auto? Fahren. Alter, gib mir mein Auto. Er hast du Spitzen an den Felgen? Ja, Mann. Gut gemacht, danke. Tööö. Alter, der ist drin. So. Das hättest du nicht tun sollen. Warum nicht? Weil's jetzt ganz gefährlich wird. Ich fahre. Übrigens, äh, drück... Wenn du gleich auf einer geraden Strecke bist, drück mal Umschalt. Umschalt? Weißt du, wir haben da Nitro? Ja. Alter, ich bin zwar in der falschen Richtung, aber das will ich sehen. Oh, da war ein Hammer. War ein Hammer. Warte mal, wir sind ein bisschen nach dem falschen Weg. Ja, ein bisschen. Fangen wir zurück langsam. Dem Frühtau zu Berge, wir zehn Falterer. Vor allem, das ist die ideale Kiste für Nitro. Ist geil, oder? Absolut. Oh, da kam was. Das juckt den aber nicht. Ich hatte auch erst überlegt, mir eine verstärkte Stoßschlange zu holen. Ja, wenn du gewusst hättest, dass ich fahre, wäre das auch ratsam gewesen. Ach, hier rein müssen wir, Arte. Einschränke. Und ab geht's. Der längst ja aber wirklich wie ein LKW, ne? Du hast übrigens ne Waffe im Gesicht. Hoppala. Wat baumelt denn da rum, Alter? Alter, ist das... Ach, dann krieg dir mal das Auto. Hat was aus dem geworden, das ist die Stoßschlange liegt noch nie. Hast du das Ding auf der... Alter, das ist so... Ach, 200 Meter, dann hab ich schon den ersten Checkpoint. Point. Tschüss, Kollege. Bei dem ist hinten die Klappe aufgegangen. Hm. Ich soll den ausparken. So, was haben wir hier? Finde die Datensammlung. Wir müssen starten. Wir stehenbleiben? Ich, äh, geh mal gucken. Ja, geh mal, such mal die Datensammlung. Soll ich uns nen neuen Fahrbahn-Untersatz besorgen? Oh, ach nee, der hat nie Druck. Jo, dann schauen wir uns schon mal ein bisschen um hier. Also, ich bin mir ziemlich liegend, dass irgendwo auf dem Dach ist. Auf dem Dach? Soll ich mitsuchen? Ja, wäre vielleicht ganz latsam. Ist sonst langweilig für den Zuschauer, wenn ich hier nur so sitze. Jo, kannst du auch Geschichten erzählen. Du hast gerade irgendwie einen Krieg ausgelöst, glaube ich. Kommen wir hier rein? Wer schießt da und warum? Ich, weil ich Spaß hatte. Ah, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ah, warte mal, hier leuchten die Automaten leuchten. Ja, die Datensammlung auch. Super, ah, und? Sag, Brian. Das Ding wird mich nicht radiatieren. Sieht? Ich. Sieh, 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 sieh. Was? Kannst du jemand sagen, dass diese Spiele... Kannst du jemand sagen, dass diese Spiele... Ey, Alter, komm, wir fahren zur nächsten Datensammlung. Hol dir ein Auto. Oh, Paula. Paula, du bist mein Spiritsanimal. Und auf geht's. Komm, Kinsey. Wir wollen ja mal aufschlafen, schlafen. Auf jeden Fall. Wenn auch nur in 15... Ah, 400 Meter. Ich fahr zu dem, ich fahr zu dem Linken. Das war ein Exekutive-Order. Fuck. Ich fahr gerade aus. Das ist, warum ich nicht, dass ich mir meine Spiele kaufen muss. Da muss ich links. Ich muss links. Tut mir leid. Oh, aber wo ist denn hier... Okay, ja, ey, solche Scheiße. Weiß man nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich hab dummerweise das falsche Ding markiert. Ich bin am richtigen, Marte. Ah, ich seh sie schon. So, ich geh mal mit meinem Handtuchhalter hier die Datensammlung holen. Okay. Aber wie gesagt, man muss ja auch nützlicherweise was schaffen. Auf jeden Fall. Ich hab übrigens mal eben gerade eine geschafft, ne? Ich auch. Hol noch eine, dann sehen wir weiter. Ich hab' ein neues Auto. Zack. Auf geht's. Ich freu mich schon so auf GTA, wenn ich das hier sehe. Oder? Bitte? Man freut sich doch total auf GTA, wenn man das hier sieht. Oh ja. Zack, aber Scheiße, Bauna. Ja, renn mir vor's Auto. Ich glaube. Clusters. Clusters. Sure. If these Clusters are so useful, why isn't Zinyak snatching them up? Why would they need them? How the hell should I know? Stop! Mein Auto. Ich bin ausgespielt. Ich hab' mein Liebermanie. Beim Wechseln nach S hab' ich eh erwischt. But doesn't he want to keep us from... Ah, you know what? Forget it. Probably better that way. Ich hab' übrigens das letzte Cluster gefunden. Ich bin auch auf dem Weg. Ich bin auch auf dem Weg. War'n 100 Meter. Das Ort sollte ein langer Zeit vorgegeben werden. Komm, Frau, das Ort hat Schmerz. Das sollte genug sein. Mal sehen, was ich hier kann. Check deine Hand. Wo ist es? Dir das jetzt, weil du das gefunden hast? Oder ich seh das nicht mehr. Das Kräfte-Menü, aha. Kräfte-Menü. Kräfte-Menü. Das Hub-Menü. Da, Kräfte. Äh, Supersprint und Supersprung. Aha. Oh. Oh. Mit Supersprint kannst du schneller laufen als Autos. Oh. Kaufen? Ich kauf mir das mal. Ich auch. Ich kann schneller laufen als Autos. Ich möchte mal noch Supersprung. Den hab' ich mir gerade mal geholt. Einfach mal Wände hochrennen. Warum auch nicht, ne? Ja. So. So. Hammer gemacht. Sehr gut. Was steht jetzt an? Erstmal jetzt die, 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 die Kräfte testen hier. Alter. Du hast ein Trainingsprogramm, um dich zu testen, um deine Kräfte zu testen. Spider-Man? Was denn jetzt? Ne, äh, wie heißt das? So, das ist wie ein Trainingsgebiet. Der Kode sagt, du kannst langer Distanz und auf super hohen Speed. Wie geht's mit einem kleinen Sprung? Ich habe einen Sprung. Okay, probier dich auf den Chargern, das war's. Kennst du das? Prototype? Springen mal. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Yippie! Nein, wir übertreiben nicht. Oh, wir sind daneben gesprungen. Wir müssen früher abspringen. Lädt sich das auf? Ja. Hallo! Ah! Du brauchst gar keinen, du brauchst gar keinen Sprung dafür. Jetzt, wie soll ich mich all das aufbauen? Versuch, aus der Strecke zu klettern. Du sagst, ich kann die Strecke zu klettern? Es wäre besser, um zu sagen, dass du auf der Strecke zu klettern kannst. Ist das das gleiche? Auwa! Bist du da oben? Ich bin grad abklettern. Klettern? Ab dem bisschen klettern? Wuhuuu! Das ist ja nur krank. Aber geil! Ja, ich komme immer wieder mal nicht hoch. Oh, was ist das? Springen! Ah! Okay, jetzt für den großen Test. Use deine super速度, um einen Rennstern zu bekommen und lebe in das opposite Gebäude. Oh, keine Ahnung! Du musst schlafen! Nur versuchen es! Ach so, da oben ist es. Ich knall immer gegen Sims mit dem Unterrock. Ah, ja klar. Ich bin übrigens drüben, ne? Hast du schon geschafft? Ja. Gut. Weil ich habe schon eine Rass-Supproutine in der Stadt gefunden. Hell ja! Und ab dafür! Alter noch ein Stück zurück. Ah ja, okay. Ich war mal so frei und hab's einfach mal beendet. Vorzeitig. Ah, schön, ey. Ich denke, ich habe mir gedacht, wie das funktioniert. Ruhig über den Weg, um die Power-Orbs zu erzeugen, die deine neue Geschwindigkeit zu erzeugen. Jedes Mal, wenn du ein Checkpunkt hattest, kannst du das Programm ein bisschen länger bleiben, damit du am Ende zu erreichen kannst. Aber du möchtest wahrscheinlich die Feuerwehr-Supproutine zu erzeugen. Geh' auf! Stopp' und run! Stopp' und fail! Stopp' und fail! Die war schön. Okay, 15. Was? 15 Sekunden? Warum würde Zingler das aufsetzen? Ich weiß nicht, aber es scheint, wenn du irgendwelche Checkpunkte über die Rass-Supproutine zerbrechen, die Realität-Matrix wird ein bisschen überladen. Aber ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast. Das bedeutet, dass die Simulation es nicht mag und wir die Umgebung kontrollieren können. Aua, mein Kopf! Oh! Oh, scheiße! Alter! Er erinnert mich an Speedy Gonzales! Alter! Ja! Das üben wir nochmal. Bist du schon unten gelandet, oder? Ne, doch. Bin schon wieder in Energiekugelheim. Ja, Kügelchen! Ich habe nie gesagt, dass ich ein Pro-Gamer bin. Wer ein Pro-Gamer sehen will, der muss bei dir gucken. Ach ne, ich blieb's ja gar nicht auf. Ahaha! Doch, tu ich! Echt? Ja! Nette Idee, falsche Richtung, glaube ich. Sind die Kugeln nach da vorne. Und jetzt, jump! Na komm schon, hoch da! Und da soll nochmal einer sagen, ah, Silber. Verdammt! Du bist das Gebäude hochgekommen? Wie gehst du das Gebäude hoch? Ja, mehrfach springen, wie gesagt. Hast du wieder abgebrochen? Ne! Ich hab's geschafft! Ich war fertig! Okay! Restzeit 18 Sekunden, Gold wäre 25 gewesen. Wie wir hast bekommen? Äh, 3500. Du brauchst ja gar keine Mühe geben, du kriegst die Punkte auch so. Ja, siehste mal. Hast du die auch gekriegt? Ja! Okay! Okay! Die Wansch und Katze... Halte leer gedrückt, um deine Sprünge aufzuladen und höher und weiter zu springen. Wir werden die ganze Zeit versucht. Supersprint kannst du schneller laufen. Ja, das haben wir schon gehabt. Jo! Wieder Simulation! Ne! Doch! So! Wir sind zuhause, übrigens. Viel erreicht. Hast du das gesehen? Alter, dieses Spiel! Hallöchen, Popöchen! Wo müssen wir denn hin? Weiß ich nicht. Ich spring hier mal ein bisschen. Oh, hast du gesehen? Das war ein Finish-Move der Extra-Klasse. Ich mein gleich... Alter! Hast du das gesehen? Du musst auf die Zug rennen und dann... Ja, ja. Mitte... Achtung! Können wir so auf, zack! Hochheben! Und fallen lassen! Da hinten kommt übrigens Polente, ne? Ja, die schießen mir auch hoch. Ist das schön, ey. Ist das schön! Die Rolle! Ich hab ja keine Waffe mehr, oder? Vor allem, wie mein Rucksack hinten dran baumelt. So. Erstmal Waffe nehmen. Die Folge ist schon unnöt. Nee, wir haben noch ein bisschen. Aber nicht mehr viel. Ich muss erstmal hier die Polente neutralisieren. Au! Du machst das, ne? Ich sammle... Ich hab Datensammlungsdinger gefunden. Alter, ich bin umstellt. Ich muss mir mal helfen. Ach, Hilfe brauchst du? Wäre ganz witzig mehr. Wiederbelebung nötig. Was? Ähm... Ich hab ungefähr alle Alien dieses Universums hier stehen. Ja, ich bin schon am Weg. Na, komm schon. 12 Sekunden. Ich seh schon die Kondensspur. Hoch mit dir, Digga. Oh, was ist denn der Wiederbelebung, ne? Ja, aber hallo! Reicht mir deine Haaren. Ey, wir sind mitten im Krieg. Wir müssen hier weg. Erstmal ein sicheres Gebiet. Einfach draufrennen. Ich krieg ja kaputt, ey. Ich krieg ja kaputt, ey. Was machst du da? Du rennst. Ja, wo müssen wir denn hin? Was ist die nächste Aufgabe? Ich glaub, wir sollen diese Aliens da hinten mal ein bisschen... Ja, dann los. Mit Auto, oder rennen wir hin? Ich glaub... Ja, mach das ganz taktisch. Ich glaub... Ja, genau. Einfach rein. Oh, Kinsey ist das registriert. Alter, die Finishing-Moves. Ähm. Das werden immer mehr. Geh ins Raumschiff. Alter, sind die bescheuert? Oh, Manometer, alter Peter. Wir sind übrigens am Ende angekommen, ne? Aber ist grad ein ungünstiger Zeitpunkt wahrscheinlich. Egal. Du hast Waffe abkühlen? Meine Waffe ist heiß. Oh, die ist ein bisschen warm geworden. Ich seh's gerade. Na, komm hoch da. Hier ist keiner. Wir haben schon vier von diesen Kügelchen. Ich glaub, das ist kein gutes Zeichen, oder? Nee. Was? Ach! Oh, scheiße. Kannst du mal zu mir kommen? Ja, ich auch. Oder du zu mir. Du tot? Jetzt, äh, lieg ich. Ich auch. Gut. Ja, perfekter Abschluss, würd ich sagen, ne? In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.